Hi, ich bin Sophia von Smith Toys und heute zeige ich euch, wie ihr super Filme selber machen könnt. Das Studio Creator Kit. Damit werdet ihr zum großen Filmemacher. Egal ob für YouTube, für TikTok oder einfach für euch selber. In dem Set mit dabei sind ein Greenscreen, eine Ringleuchte mit Handyhalterung. Damit habt ihr immer die perfekte Beleuchtung. Und ein Regiehandbuch mit Tipps und Drehplänen. In die Halterung passen alle Handys. Und den Greenscreen. Und dann kann es auch schon losgehen. Der Greenscreen hängt und ich zeige euch jetzt, was ihr alles machen könnt. Ihr könnt in Hochformat und auch in Querformat filmen. Durch den Greenscreen könnt ihr in verschiedene Welten eintauchen. Ich zeige euch mal wie. Erstmal die Farbe des Hintergrunds auswählen. Wir haben Grün. So, ich hätte gerne ein bisschen Sternenhimmel. Das ist ja richtig cool. Krass. Und jetzt geht's ab in den Schnee. Viel zu kalt hier. Schnell weg. Wenn es so kalt ist, dann brauchen wir Feuer. Oh, krass heiß hier. Ich halte es nicht aus. Oh, ich hätte Hunger. Was gibt es denn heute? Oh, lala. Bis zu einer Pizza. Mega cool die Effekte. Ich hätte Bock ein bisschen zu tanzen. Yeah, yeah. Party, Party. Super cool. Aber am besten probiert es selber mal auf. Und übrigens, ganz wichtig, bevor ihr Videos ins Internet hochladet, fragt eure Eltern, ob das in Ordnung ist. Das Studio Creator Kit gibt es jetzt bei Smith Toys. Und vergesst nicht, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst uns ein Abo da. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ich ein Spielzeug wär.